Ein ausführlicher Artikel über SEO Search Engine Optimization Was ist SEO? SEO, Search Engine Optimization, bezeichnet die Optimierung von Webseiten, um ihre Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo zu verbessern. Ziel ist es, eine höhere Platzierung in den Suchergebnissen zu erreichen, um mehr Besucher auf die Webseite zu lenken und letztlich den Traffic, die Reichweite und das Engagement zu steigern. Warum ist SEO wichtig? Suchmaschinen sind oft der erste Anlaufpunkt für Nutzer, die nach Informationen, Produkten oder Dienstleistungen suchen. Statistiken zeigen, dass die meisten Nutzer nur die ersten Suchergebnisse ansehen und selten auf Seite 2 oder 3 der Suchergebnisse klicken. Daher ist es entscheidend, eine hohe Position auf der ersten Seite zu erreichen, um mehr Besucher auf die eigene Webseite zu lenken. Die Vorteile einer guten SEO-Strategie sind Erhöhte Sichtbarkeit Bessere Platzierungen führen zu mehr Klicks und Sichtbarkeit Vertrauen und Glaubwürdigkeit Nutzer vertrauen in der Regel den Suchergebnissen auf der ersten Seite mehr Kosteneffizienz Im Gegensatz zu bezahlter Werbung ist organischer Traffic über SEO kostenlos. Die drei Hauptbereiche von SEO SEO lässt sich in drei Hauptbereiche unterteilen. 1. On-Page SEO 2. Off-Page SEO 3. Technisches SEO 1. Kapitel On-Page SEO umfasst alle Optimierungsmaßnahmen, die direkt auf der Webseite durchgeführt werden, um ihre Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu verbessern. Die wichtigsten Aspekte des On-Page SEO sind Keyword-Optimierung Relevante Keywords sollten in Titel, Überschriften, Meta-Tags, Textinhalten und Bildbeschreibungen verwendet werden. 1. Meta-Tags 2. Title-Tag Der Seitentitel, der in den Suchergebnissen Er sollte das Hauptkeyword enthalten und ansprechend formuliert sein. 2. Meta-Description Eine kurze Zusammenfassung der Seite, 150 bis 160 Zeichen, die in den Suchergebnissen angezeigt wird. Sie sollte das Hauptkeyword enthalten und den Nutzer zum Klicken anregen. 3. H1 bis H6 Überschriftenstruktur Die Verwendung von H1 bis H6-Tags strukturiert den Inhalt und macht ihn für Suchmaschinen leichter lesbar. 4. Inhaltliche Qualität Hochwertige, einzigartige und relevante Inhalte sind entscheidend. Inhalte sollten Mehrwert bieten, gut strukturiert und gut recherchiert sein. 5. Interne Verlinkung Verlinkung auf andere relevante Seiten innerhalb der eigenen Webseite, um die Navigation zu verbessern und den Nutzern zusätzliche Informationen anzubieten. 6. Bilderoptimierung Bilder sollten komprimiert und mit aussagekräftigen Dateinamen und Alt-Tags versehen sein, um die Ladezeit zu reduzieren und von Suchmaschinen besser erfasst zu werden. 2. Off-Page SEO Off-Page SEO bezieht sich auf alle Maßnahmen, die außerhalb der eigenen Webseite durchgeführt werden, um das Ranking zu verbessern. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau von Backlinks, also Verlinkungen von anderen Webseiten zur eigenen Seite. Linkbuilding Der Aufbau hochwertiger, natürlicher Backlinks von anderen vertrauenswürdigen und relevanten Webseiten. Suchmaschinen betrachten Backlinks als Stimmen für die Qualität und Autorität einer Webseite. Social Signals Aktivitäten in sozialen Medien können das SEO-Ranking beeinflussen. Likes, Shares und Kommentare in sozialen Netzwerken tragen zur Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit bei. Gastbeiträge Durch das Schreiben von Artikeln auf anderen Webseiten kann man wertvolle Backlinks und Traffic gewinnen. 3. Technisches SEO Technisches SEO umfasst die Optimierung der technischen Aspekte einer Webseite, um sicherzustellen, dass Suchmaschinen sie problemlos crawlen und indexieren können. 4. Seitenladezeit Eine schnelle Ladezeit verbessert das Nutzererlebnis und wird von Suchmaschinen positiv bewertet. Maßnahmen zur Optimierung der Ladezeit umfassen das Komprimieren von Bildern, die Minimierung von CSS und JavaScript sowie die Nutzung von Caching. 5. Mobile Optimierung Da immer mehr Nutzer über mobile Geräte auf das Internet zugreifen, ist es entscheidend, dass die Webseite mobilfreundlich ist. Google bevorzugt Mobile-First-Webseiten. 6. SSL-Zertifikat Ein SSL-Zertifikat sorgt für eine sichere Datenübertragung und wird von Suchmaschinen als positives Ranking-Signal bewertet. 7. XML-Sitemap Eine Sitemap hilft Suchmaschinen dabei, die Struktur der Webseite zu verstehen und alle wichtigen Seiten zu indexieren. 7. Robots-Txt Diese Datei gibt Suchmaschinen Anweisungen darüber, welche Seiten sie crawlen dürfen und welche nicht. 8. Wichtige SEO-Tools Es gibt zahlreiche Tools, die bei der SEO-Optimierung unterstützen. 1. Google Analytics Ein kostenloses Tool zur Überwachung des Website-Traffics und der Nutzeraktivitäten. 2. Google Search Console Hilft bei der Überwachung der Suchleistung, zeigt Fehler auf und ermöglicht das Einreichen einer Sitemap. 3. Arefs Ein umfassendes Tool zur Analyse von Backlinks, Keywords und Wettbewerbern. 4. SEMrush Bietet umfassende Analysen zu Keywords, Wettbewerbern und Suchvolumen. 5. Modes Ein SEO-Tool, das insbesondere bei der Keyword-Recherche und Backlink-Analyse hilft. Aktuelle SEO-Trends Die SEO-Welt ist ständig im Wandel und es ist wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zu den aktuellen Trends gehören 1. Voice Search Optimization Mit der Zunahme von Sprachassistenten wie Siri und Alexa steigt die Bedeutung der Optimierung für Sprachsuchen. 2. Mobile First Indexing Google bewertet Webseiten vorrangig nach ihrer mobilen Version, was die mobile Optimierung noch wichtiger macht. 3. EAT Google legt immer mehr Wert auf die Qualität, Autorität und Vertrauenswürdigkeit von Inhalten. 4. Video SEO YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das Optimieren von Video-Inhalten ist ein wichtiger Bestandteil der SEO-Strategie. 5. Core Web Vitals Google berücksichtigt seit 2021 Core Web Vitals wie Ladezeit, Interaktivität und visuelle Stabilität als Ranking-Faktoren. Fazit SEO ist ein komplexes, aber unverzichtbares Instrument im digitalen Marketing. Eine erfolgreiche SEO-Strategie erfordert die Optimierung auf Jelen, ebenenwunder, Inhaltsherstellung über die technische Infrastruktur bis hin zur Aufpage-Promotion. Durch die kontinuierliche Anpassung an aktuelle SEO-Trends und Suchmaschinen-Algorithmen können Webseiten ihre Sichtbarkeit verbessern, mehr Traffic generieren und letztendlich erfolgreich im Wettbewerb bestehen. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollte SEO nicht als einmalige Maßnahme, sondern als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden, der regelmäßig überprüft und angepasst wird. Nur so lassen sich die besten Ergebnisse in den Suchmaschinen-Ergebnissen erzielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017